Hallo Drio, hier ist das Zweikampfsofa, wir spielen Neverwinter, mit mir das Logs, die das Werk. Und hier sind wir bei der Maze Engine, wir wollen ein paar Titel gewinnen und heute geht es um einen Titel aus Kapitel 5. Der da heißt? Das sag ich dir nachher. Oh nö, es ist der Devir Bewunderer, ist ja auch ein komischer Name. Boah, den Devir mochte ich ja nicht. Ja, der ist ja auch, das findet man auch nachher raus, ich will nicht spoil. Genau, der ist nicht ganz nett. So, dann einmal los geht's hier, einmal durch den Dungeon laufen und bevor man hier aus dieser Höhle rausgeht, einmal drehen. Ich lege mich ganz langsam da. Okay, 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 okay. Ah ja, das ist auch wieder so klassisch im Rücken. Genau, wenn man da zu schnell durchflitzt, dann hat man das übersehen. Ja, und dann die Leute ummetzeln hier. Die erste Gruppe Gegner, die stehen aber so im Gruppen. Ja, die zweite Gruppe Gegner. Simpel. So, und bei der zweiten Gruppe liegt aber die Schrift, die du schon hattest. Die hatte ich schon, genau. Und das ist auch eine Gruppe von Gegnern, da muss man auch nicht normalerweise hin, also da kann man auch quasi auch vorbeilaufen, wenn man ein bisschen sich ungeschickt angestellt. So, dritte Gruppe umhauen, vierte Gruppe. Und jetzt ist man beim Tor. Einmal durchs Tor. Hinter dem Tor die erste Gruppe. Genau, und dann kommt... Die mach ich auch immer ganz hinten durch jetzt, bevor ich zu dem anderen Tor gehe. Ja, 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 genau. Richtig. Und dann die nächsten. Und dann kommt das Feuerchen. Und wer kommt aus der Tür? Die beiden Hexrax und Xolion. Die macht man auch platt. Und jetzt wäre normalerweise auch diese Mission zu Ende, weil da kommt ja auch der Devir. Devir. Und jetzt wäre man eigentlich schon durch, aber jetzt einmal bitte einmal 180 Grad drehen und dann wieder Richtung Ausgang quasi laufen. Das ist ziemlich fies, wie ich finde. Da hinterm Stein, da britzelt es. Und da ist es schon. Die letzte Schriftrolle, die man lesen muss. Die wir bewundern. Die wir bewundern, oder? Genau. Das war wieder ein Titel aus dem Maze Engine. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.